PowerPoint-Präsentationen sollen direkt aus Excel heraus erzeugt werden. Ich möchte meinen bereits begonnenen Code jetzt vervollständigen und habe noch zwei kleine Korrekturen zum vorhergehenden Video. Zum einen muss ich natürlich unter Extras verweise, damit ich überhaupt PowerPoint ansprechen kann. Hier auch der Haken gesetzt sein bei Microsoft PowerPoint. Das finden wir, wenn es noch nicht aktiv ist, hier alphabetisch eingeordnet. Zum anderen habe ich im letzten Video dort GetObject erwähnt. Hier habe ich jetzt, PowerPoint ist gerade nicht geöffnet, New PowerPoint Application im Code benutzt. Was soll mein Code machen? Ich habe hier eine kleine Excel-Datei. Ich wähle hier zum Beispiel Kurs 3 aus, wird. Ich klicke meinen schlauen Knopf. Jetzt wird im Hintergrund PowerPoint geöffnet. Es werden die Daten, die in Excel stehen, in die PowerPoint-Präsentation eingetragen. Die Präsentation wird gespeichert, hier sehe ich es, unter dem Namen mit dem Datum. Das Speichern habe ich schon im letzten Video 574 gemacht. Hier sehe ich jetzt auch, wie die Texte auf die Folie eingetragen werden. Und den Code gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Und zwar abweichend zum letzten Code nach aktive PowerPoint-Präsentation. Und vor dem Speichern ist folgender Code hier noch eingefügt worden. Nämlich, nimm dir die aktuelle Präsentation. Wähle dort die Folie Nummer 1 an. Wähle diese Folie aus. Also der Code macht folgendes. PowerPoint wird geöffnet. Es wird auf Basis der Vorlagendatei, auf Basis der Vorlagendatei wird eine neue Präsentation erstellt. Doppelklick auf die Vorlage. Dann wird Folie 1 ausgewählt. Folie 1 wird selektiert. Und diese Textfelder hier haben Namen. Diese Namen bekomme ich heraus, wenn ich hier bei Format schaue. Auswahlbereich. Das hier ist zum Beispiel Titel 1. Das hier ist zum Beispiel Textfeld 1. Und das mache ich mir im Code hier zunutze. Dass ich nämlich sage, geh auf diese Folie 1. Schnapp dir dort Shape Titel 1. Geh dort in den Textbereich hinein. Und trage folgenden Text rein. Nämlich der, der hier bei Range Thema steht. Gucken wir mal in Excel. Range Thema. Hier oben. Range Thema. Das ist das, was in Zelle H2 steht. Dann in Zelle H3. Das ist Range Untertitel. Dieser Code wird hier ebenfalls auf Folie 1 in das Feld, Textfeld 1 eingelesen. Hier Range Untertitel. So, um das nochmal zu zeigen. Ich wähle mal Folie 2 aus. Ich mache das Ganze nochmal für Folie 2. So, kopiere das hier rein. Wähle Folie 2 aus. Gehe auf Folie 2. Lege dort ein Textfeld mit dem Thema, ja, ich nehme Matthäus. So, und trage dort einfach folgenden Text ein. Hallo Welt. So, das Feld, Matthäus, das muss es natürlich erst geben. Das heißt, ich gehe hier rein. So, ich mache das aber mal mit der Originalvorlage. Mit der Originalvorlage. Ich öffne die Originalvorlage. Wähle dort die Folie 2 aus. So, hier lege ich ein zusätzliches Textfeld an. Trage dann hier auch kurz einen kleinen Text ein. So, muss das Textfeld aber noch benennen. Klicke auf Format oben. Auf Format, auf Auswahlbereich nenne. Ich wähle dieses Textfeld mal Theos. So, kurz auf ein anderes Feld geklickt. Also dieses Textfeld gibt es nun. Und ich schließe die PowerPoint-Datei, meine Vorlage, speichere sie. So, ich führe nun das Makro aus. Nun wird die Präsentation wieder geöffnet. Der Text auf Folie 1 wird ausgetauscht. Dann wechselt er auf Folie 2. Tauscht dort den Text gegen Hallo Welt aus. Macht die Präsentation zu. Gucken wir uns die Datei mal an. Hier, vorher stand A, B, C in der Folie. Jetzt steht dort Hallo Welt. Und so kann ich auf jeder Folie die Objekte ansprechen, die Textfelder ansprechen und die Texte entsprechend austauschen. An diesem Code gibt es sicherlich noch eine Menge an Änderungsvorschlägen, eine Menge Optimierungsmöglichkeiten hier. Den VBA-Code werde ich auf theosblog.com veröffentlichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.